Wir Piraten haben mit aufgerufen zu der Demo, weil es uns unverständlich ist, dass wir immer noch auf die Straße gehen müssen, um Menschenrechte einzufordern. Und dass die Gerichte die Politik vor sich her scheuchen müssen, wenn es um Gleichstellung geht. Und dass es tatsächlich eben einen Landeshauptmann gibt, in dessen Grundbild Gleichstellung nicht hineinpasst. In unser Grundbild passt das schon hinein. Das ist eines, das geprägt ist von Vielfalt und Freieinfaltung und Gleichberechtigungen für alle und Teilhabe für alle Menschen. Veränderung ist nicht etwas, auf das man warten soll. Wir warten schon lange auf die komplette Gleichstellung, sondern Veränderung ist, was passiert, wenn man aufhört zu warten und aufsteht und sichtbar wird. Und deswegen danke, dass ihr alle nicht mehr wartet.